Was ihn auszeichnet, ist natürlich sein schwarzer, britischer Humor. Zurzeit gastiert er gerade in Stockholm und wir freuen uns, dass er kurz bei uns im Fernsehgarten reingeschaut hat. Das ist Eddie Windsor. Danke, danke. Guten Tag, meine Damen und Herren. Bevor ich anfange, ich möchte Sie gerne vorstellen, eine sehr hübsche junge Dame. Sie ist ein bisschen verrückt, ein bisschen wild, aber sie ist sexy. Meine Damen und Herren, ich möchte Sie einen größeren Applaus geben für Miss Lolo Bassett. Hier sie ist. Come on over here. Yes, here we go. What a perfect, what an entrance. Here we go, girls. Hier sie ist. Ah, what a... Sexy, huh? Oh, Entschuldigung. Oh, sie ist so aufgeregt heute. Come on, Speedy, let's go. Okay, now, you ready? Here we go. Sie steht. Ich mir gerade ausgucken, that's it. Meine Damen und Herren, jetzt werden Sie sehen, die meist intelligente, best dressierer Hund in Showbusiness. Okay, Lolo, bist du fertig? Sie ist fertig. Immer gerade aus. Wir fangen diese fantastische Hunde-Nummer an with Trick Nummer 1. Sehr einfach, kein Problem. Die Leute sind da, all right? Here we go, Trick Nummer 1. Sitzen. Sie hat das gestern gemacht. Sit. Ich weiß nicht, was ist los. Sit. Sit. Ah, sit down. Trick Nummer 1. Ach, Lolo, das war sehr gut. Du denkst, du kannst noch einen Trick machen? Hast du noch Power? Ja, gut. Trick Nummer 2. Lolo will jetzt springen. Springen auf eine Tisch. Oh, sie haben noch nichts gesehen. Lolo, hier ist die Tisch, all right? Oh, come on now. Sie ist so enthusiastisch, all right? Okay, now here we go. Die richtige Name für diese Hunde ist... Hexplosion. Come on, Feuerball. Okay, now, here it is. Lolo, hier ist deine Position. Und gucken, da ist die Tisch, all right? Hast du deine Kontaktlense an? Good. All right, you ready? Let's go. Come on. Lolo, it's it. Here we go. Let it go. Come on. Springen. Come on. Sie ist am Überlegen. Lolo, alle Hunde kann springen auf eine Tisch. Ich zeige dir. Gucken. Du laufen richtig schnell, all right? And then, you springen auf die Tisch, like that. If we come in repulsive, is it true? Na, 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 na. Nicht die. Lolo, jawohl. Jawohl, jawohl. Komm, na. Spring. Versuchen so dann. Sie brauchen etwas Hilfe. Okay, then. Here we go. Okay, Dinner Meet. You ready? Here we go. Springen. Jawohl. Sehr gut. Und jetzt Trick Nummer drei. Lolo will jetzt springen. Springen. Durch eine Reifen. Ich hoffe. Lolo, das ist die Reifen. Ich zähle ganz langsam. Eins, zwei, drei. And you, durch diese Reifen. Alles okay? Alles okay. All right, then. Here we go. Halt sie, then. Sie hat sich verweckt. Haben Sie das gesehen? Mit eigener Kraft. Oh, Lolo, das war sehr gut. Ein Moment. Du, you know what? Du schwitzen so. Ein bisschen hier, there, too. Lolo, stay now. Come on. Look, stay now. No, no. All right. Here we go. Halt, halt, halt. Sitzen. Sit down. Lolo, Lolo, look sexy. All right, here we go. Now then, here it is. You're ready? Okay, now. You let's the trick. All right. Durch die Reifen. Eins, zwei, drei. Springen. All right, Lolo. Langsam. Haben Sie den Anlauf gesehen? All right, that's it. Here we go. That's it. Jawohl. Dankeschön, Eddie Rientaar. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Vielen Dank.